Interleukin 32, IL-32 IL-32 gehört zu keiner Zytokin-Familie. Es besteht aus neun Isoformen. Produziert wird es unter anderem durch aktivierte T- und NK-Zellen. Es stimuliert Monozyten, Makrophagen, Epithelien und Fibroblasten zur Synthese von TNF-Alpha, IL-6 und IL-8 sowie dem Makrophagen-Inflammatorischen Protein 2, gleichbedeutend mit dem Chemokin CX-CL2. Signale werden geliefert vorwiegend über NF-KB und die P38-Map-Kinase. IL-32 hat Pleyotope biologische Wirkungen. Hier eine Übersicht über die neun Isoformen. Vermutlich ist das IL-32-Gamma die effektivste Isoform. Stimuliert durch verschiedene Zytokine können eine Reihe von Zellen zur Synthese von IL-32 angeregt werden. Dieses kann dann in die Zelle gelangen. Dort bindet es an NOT-1 und NOT-2, Nucleotide-Binding-Oligomerisation-Domain-Containing-1 und-2. Die Wirkung von NOT-2 wird durch Muramyl-Dipeptid verstärkt. Über einen Caspase-1-abhängigen Mechanismus kann dann die Gentranskription initiiert werden. Parallel dazu wird über das Rezeptor interagierende Protein 2, RIP2, der NF-KB-Signalwerk aktiviert. IL-32 kann vermutlich auch mit zellulären Rezeptoren reagieren, wobei diese Rezeptoren bis heute aber nicht charakterisiert sind. So kann auch auf diesem Wege der NF-KB-Signalwerk ebenso stimuliert werden wie der P38-Mapkinaseweg. Auch intrazelluläres IL-32 mag an der Stimulation dieser Signale beteiligt sein. Im Ergebnis kommt es unter anderem zur Transkription der Gene für TNF-Alpha, IL-6 und IL-8 sowie IL-1-Beta. IL-32 fördert inflammatorische Antworten, Apoptose und Zelldifferenzierung. Hier illustriert ist die mögliche Rolle von IL-32 beim Asthma. IL-32 kann IL-10-Synthese fördern und damit Entzündungszellen hemmen. Der grüne Pfeil zeigt an, dass IL-32 auch von Epithelien gebildet werden kann. Zusammen mit anderen Zellen können Monozyten beeinflusst werden, gemeinsam mit Epithelzellen IL-8 herunterzuregulieren und IL-10 zu synthetisieren. Des Weiteren wird die Zellmigration beeinflusst. Monozyten können ausdifferenziert werden zu Makrophagen. Beide Zellen sind in der Lage, proinflammatorische Zytokine zu synthetisieren. IL-32 fördert die Infiltration von neutrophilen Granulozyten. Andere Zellen werden beeinflusst zur Differenzierung von dendritischen Zellen und zur Synthese verschiedener Zytokine. Auch hier können Epithelien die Differenzierung der dendritischen Zellen fördern. Zusammengenommen können wir sagen, dass die Atemwegsentzündung durch IL-32 stimuliert wird. Bei Krebserkrankungen spielen neben den bereits erwähnten Signalwegen auch der PI3K-ACT-Signalweg eine Rolle. Über die entsprechenden Signale finden eine Reihe von Genveränderungen statt, die tumorigene Effekte nach sich ziehen, wie Proliferation, Überleben der Krebszellen, Migration und Invasion, Angiogenese und Inflammation. Fazit IL-32 besteht aus neun Isoformen und hat Pleiotope biologische Wirkungen.